Die Pyramiden Chinas sind ein faszinierendes und oft übersehenes Thema in der Welt der Archäologie. Während ägyptische Pyramiden weltweite Bekanntheit genießen, sind die Pyramiden in China weniger bekannt, aber nicht minder beeindruckend. Dieses Video untersucht die tatsächlich existierenden Pyramiden Chinas sowie die geheimnisvolle und umstrittene Weiße Pyramide, die angeblich in den Kinlingbergen verborgen liegt. In China gibt es zahlreiche Pyramiden, die hauptsächlich als Grabstätten für Kaiser und ihre Familien dienten. Diese Pyramiden sind wichtige archäologische Städten, die Einblicke in die Bestattungspraktiken und die spirituelle Weltanschauung der alten chinesischen Dynastien bieten. Sie bestehen hauptsächlich aus gestampfter Erde und haben oft die Form von Pyramidenstümpfen. Die Bauweise der Pyramiden in China zeigt, dass die alten Chinesen fortschrittliche Techniken zur Verdichtung und Stabilisierung von Erde beherrschten, die es ihnen ermöglichten, solche massiven Strukturen zu errichten. Viele der chinesischen Pyramiden wurden nach geomantischen Prinzipien ausgerichtet, was zeigt, dass spirituelle und kosmologische Überlegungen eine wichtige Rolle beim Bau spielten. Die Ausrichtung auf bestimmte Himmelsrichtungen und die Lage in Bezug auf natürliche Gegebenheiten wie Berge und Flüsse waren von großer Bedeutung. Einige der Pyramiden, wie das Mausoleum des ersten Kaisers Kinshihuangdi, sind für ihre komplexen unterirdischen Kammern bekannt. Diese enthalten nicht nur die sterblichen Überreste des Kaisers, sondern auch kunstvolle Nachbildungen seiner Paläste, Wälder und Flüsse aus Quecksilber. Die Pyramiden sind oft reich mit Wandmalereien, Skulpturen und anderen Kunstwerken ausgestattet, die Einblicke in das Leben und die Kultur der damaligen Zeit geben. Sie stellen Szenen aus dem täglichen Leben, religiösen Zeremonien und der Natur dar. Im Gegensatz zu den Steinpyramiden Ägyptens sind die chinesischen Pyramiden aus Erde erbaut, was sie anfälliger für Erosion und andere Umwelteinflüsse macht. Dennoch haben viele dieser Strukturen die Jahrtausende überdauert, was auf die Qualität der damaligen Bauweise hinweist. Die Terrakotta-Armee, die das Mausoleum des ersten chinesischen Kaisers Kinshihuangdi bewacht, ist nur ein Teil des riesigen Gräberfeldes. Das eigentliche Grab des Kaisers wurde bisher nicht geöffnet, da man befürchtet, dass Technologien die empfindlichen Strukturen und Artefakte beschädigen könnten. Die Pyramiden bieten Einblicke in die rituellen Praktiken und Glaubensvorstellungen der damaligen Zeit. Die Opfergaben und Grabbeigaben deuten auf einen starken Glauben an ein Leben nach dem Tod und den Wunsch, den Verstorbenen mit allem Nötigen für das Jenseits auszustatten. Pyramiden der Han-Dynastie 206 v. Chr. bis 220 n. Chr. Die Han-Dynastie hinterließ einige der beeindruckendsten Pyramiden Chinas, die nahe der ehemaligen Hauptstadt Chang'an erbaut wurden. Maoling Dieses Mausoleum wurde um 140 v. Chr. für Kaiser Wu erbaut und erreicht eine Höhe von 46 Metern. Maoling ist das größte und bekannteste Grab der Han-Dynastie und beherbergt zahlreiche wertvolle Artefakte. Yangling Die Grabstätte von Kaiser Ying, erbaut um 126 v. Chr., ist bekannt für seine komplexe Struktur und die umfangreichen unterirdischen Grabkammern. Pyramiden der Tang-Dynastie 618 bis 907 n. Chr. Die Tang-Dynastie ist bekannt für ihre kulturellen und architektonischen Errungenschaften, einschließlich der Pyramiden, die als Grabstätten für ihre Kaiser dienten. Shaoling Das Mausoleum des Taizong-Kaisers, erbaut zwischen 636 und 649 n. Chr. ist 64 Meter hoch. Shaoling ist eine der größten und besterhaltenen Pyramiden der Tang-Dynastie. Qianling Diese Grabstätte des Gao-Zong-Kaisers, erbaut 683 n. Chr. ist 35 Meter hoch und bekannt für seine Statuen und Kunstwerke. Ein bemerkenswerter Fund aus der Bronzezeit ist die Pyramide von Ximau in der Provinz Shang-Chi. 2018 wurde in Ximau eine 70 Meter hohe Pyramide ausgegraben, die über 500 Meter breit ist und auf ein Alter von etwa 4300 Jahren datiert wird. Diese Pyramide deutet auf eine fortgeschrittene Hochkultur in der frühen chinesischen Bronzezeit hin. Archäologen fanden hier zahlreiche Artefakte, darunter menschliche Schäde, die auf rituelle Opfer hinweisen. Außerdem wurde auch ein Metall gefunden, das laut den Forschern wohl von außerirdischem Ursprung ist. Obwohl keine Details über die genaue Zusammensetzung des gefundenen Metalls erwähnt werden, deuten einige Forscher an, dass es sich dabei um Meteoriteneisen handeln könnte. Ähnliche Funde wurden auch in Ägypten gemacht, wo Meteoritenmaterial aufgrund seines hohen Nickelanteils für besondere Ritualgegenstände verwendet wurde. Allerdings liegen bisher keine offiziellen Berichte über die Zusammensetzung des in der chinesischen Pyramide gefundenen Metalls vor. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Analysen bestätigen, dass es sich tatsächlich um außerirdisches Material handelt. Die Entdeckung der Ximau-Pyramide hat weitreichende Implikationen für unser Verständnis der frühen chinesischen Geschichte. Die bisherigen Annahmen über die Entwicklung der chinesischen Zivilisation müssen angesichts dieses Fundes neu bewertet werden. Traditionell wurde angenommen, dass sich die chinesische Zivilisation in der zentralen Ebene entwickelte. Doch die Ximau-Pyramide deutet darauf hin, dass bereits früher in der Region um Ximau eine hochentwickelte Kultur existierte. Diese Region könnte somit das Herzstück einer frühen Bronzezeitkultur gewesen sein, die möglicherweise sogar die Grundlage für spätere Entwicklungen in Zentralchina legte. Der Fund der Ximau-Pyramide zwingt Historiker dazu, die Anfänge der chinesischen Zivilisation neu zu überdenken. Die ausgegrabenen Artefakte und die Architektur der Pyramide zeigen ein hohes Maß an technischer und kultureller Entwicklung, das bislang nicht mit dieser frühen Periode der chinesischen Geschichte in Verbindung gebracht wurde. Dies stellt die bisherigen Theorien zur Entwicklung der frühen chinesischen Hochkulturen in Frage und eröffnet neue Forschungsperspektiven. Die Ximau-Pyramide ist ein archäologischer Schlüsselfund, der das Verständnis der frühen chinesischen Geschichte revolutionieren könnte. Ihre Entdeckung zeigt, dass hochentwickelte städtische Zentren und komplexe Gesellschaftsstrukturen bereits vor 4300 Jahren in China existierten. Dies bedeutet, dass die chinesische Zivilisation möglicherweise vielfältiger und regional unterschiedlicher war, als bisher angenommen. Insgesamt betont die Ximau-Pyramide die Notwendigkeit, die Entwicklung der chinesischen Hochkulturen umfassender und differenzierter zu untersuchen. Sie stellt einen wichtigen Wendepunkt in der archäologischen Forschung dar und wird zweifellos die zukünftigen Studien zur Geschichte Chinas maßgeblich beeinflussen. Die Weiße Pyramide – Mythos und Realität Neben den archäologisch gesicherten Pyramiden gibt es Berichte über eine riesige Weiße Pyramide in China, die angeblich größer sein soll als die ägyptischen Pyramiden. Diese Berichte basieren hauptsächlich auf Augenzeugenberichten und fotografischen Beweisen, die jedoch umstritten sind. Die erste Erwähnung der Weißen Pyramide geht auf den US-Piloten James Gaussmann zurück, der während eines Überflugs im Kinlingscharn-Gebirge 1945 angeblich eine riesige Weiße Pyramide gesehen haben will. Gaussmann beschrieb die Pyramide als schimmernd weiß und perfekt geformt, mit einem großen Kristall oder Edelstein als Deckstein. 1947 berichtete die New York Times über eine Sichtung durch Cole Maurice Sheehan, der ebenfalls eine große Pyramide gesehen haben will. Ein Foto, das in der New York Sunday News veröffentlicht wurde, zeigte eine große Weiße Pyramide, deren Existenz jedoch nie bestätigt werden konnte. Beschreibung der Weißen Pyramide Während des besagten Fluges im Jahr 1945 wich der US-Pilot James Gaussmann einem Berg aus und kam über ein ebenes Tal. Direkt unter ihm erblickte er eine gigantische Weiße Pyramide. Die Pyramide sah aus wie aus einem Märchen und war in schimmerndes Weiß gehüllt. Es hätte Metall oder eine Art von Stein sein können, doch von allen Seiten war sie rein weiß. Das Bemerkenswerteste an dieser Pyramide war der Deckstein, ein riesiges Stück Edelstein-artigen Materials, vielleicht aus Kristall. Gaussmann und seine Crew konnten unmöglich landen, obwohl sie es wollten, so wird berichtet. Sie waren erschüttert von der Größe des Objekts. Diese Darstellung basiert wahrscheinlich auf einem Bericht von Maurice Schehan, der am 28. März 1947 in der New York Times erschien. Schehans Bericht verortete die Pyramide in den Bergen etwa 40 Meilen südwestlich von Elf an. In einem Brief aus dem Jahr 1961 korrigierte sich Schehan und erklärte, dass die ursprünglich berichtete Größe von 1.000 Fuß eher 500 Fuß entspreche, was auf Fehler bei der Umrechnung von chinesischen Li über Meter in Fuß zurückzuführen sei. Ein Foto der Pyramide, das zuerst am 30. März 1947 in der New York Sunday News und mehr als 45 Jahre später vom amerikanischen Militär veröffentlicht wurde, wird in verschiedenen Quellen sowohl Gaussmann als auch Schehan zugeschrieben. Nach Meinung der Forscher Mark und Richard Welz zeigt dieses Foto jedoch den Maoling-Grabhügel, dessen Basis nur eine Kantenlänge von etwa 190 x 190 Metern hat. Das abgebildete Objekt befindet sich in einer flachen Landschaft mit Gebäuden im Hintergrund und weist starke Anzeichen von Erosion auf. Im ursprünglichen Bericht über die Sichtung wird jedoch eine weiße Pyramide in den Bergen am Ende eines lahmgezogenen Teels beschrieben, die von perfekt regelmäßiger Gestalt sei. In der Umgebung von Elfan existiert eine Vielzahl von pyramidenähnlichen Hügeln, die Kaisergräber der Han-Dynastie sind. Die größte pyramidenähnliche Struktur im weiteren Umkreis befindet sich einige Kilometer östlich der Ortschaft Lintong, das Mausoleum Kinshihuangdes, mit 350 Metern Länge an der Basis und geschätzten 200 Metern Höhe. Parawissenschaftler wie Erich von Däniken und Hartwig Hausdorff sind von der Existenz der weißen Pyramide überzeugt und vermuten einen Zusammenhang mit außerirdischen Intelligenzen. Hausdorff erklärt die Unauffindbarkeit der Pyramide damit, dass sie in einem unzugänglichen militärischen Sperrgebiet liege. Der Wissenschaftler Arthur Pope schätzte anhand der Berichte, dass die Pyramide um 2500 v. Chr. erbaut worden sein könnte und ursprünglich bunt gewesen sei. Diese Einschätzungen basieren jedoch auf spekulativen Berichten und nicht auf harten Beweisen. Trotz zahlreicher Expeditionen, darunter auch von Parawissenschaftlern wie Erich von Däniken und Hartwig Hausdorff, konnte die Existenz der weißen Pyramide nie wissenschaftlich bestätigt werden. Die meisten Archäologen und Historiker halten die Existenz der weißen Pyramide für einen Mythos. Kein ernsthafter wissenschaftlicher Nachweis konnte bisher erbracht werden, der die Berichte bestätigt. Das Foto, das ursprünglich der Pyramide zugeschrieben wurde, wird heute oft als Bild des Maoling-Grabhügels interpretiert, der deutlich kleiner ist als die beschriebene weiße Pyramide. Die Pyramiden von China bieten einen faszinierenden Einblick in die Geschichte und Kultur des alten China. Während die realen Pyramiden der Han- und Tang-Dynastie gut dokumentiert und archäologisch untersucht sind, bleibt die weiße Pyramide ein Rätsel. Die Berichte über eine gigantische weiße Pyramide entbehren bisher wissenschaftlicher Beweise und bleiben somit im Bereich der Legenden und Mythen. Dennoch bleibt das Thema spannend und regt zu weiteren Forschungen und Diskussionen an.